ARD Text im Auftrag von Funk Alter, Jungs, Mann! Hey Sascha, was geht, Mann? Wir sind gerade in Australien und haben Bier gekauft. Hier ist es 11 Uhr, ihr Pisser. Geht, chillt, Mann. Hier ist es gleich 20 Uhr, wir gehen gleich fett saufen. Das ist echt schön für euch, ihr Pisser, Mann. Und ich sitze hier in Deutschland, fahre ich euch für was sagen, was ich an... Deutschland richtig hassen. Ja, Mann. Hau raus. Alter, Jungs, Mann. Kippen kostet hier in Deutschland nur 5 Euro. Stell euch das mal vor, Mann. Das kotzt mich richtig an. Das ganze Geld, was ich verdiene, kann ich nicht mal ausgeben. Kippen 5 Euro. Boah, das ist hier richtig geil, Mann. So eine mini kleine Schachtel kostet 25 Dollar. Ja, außerdem ist da noch richtig fette Sammelbilde drauf, Mann. Welches hast du? Äh, warte, ich hab den Fußkrebs, Alter. Geil, ich hab den Augenkrebs. Geiler Scheiß, Mann, direkt noch an den Qualen. Ja, Mann. Alter, ihr Wichser, ey. Was mich hier in Deutschland auch noch aufregt, ist das Bier, Mann. Das Bier schmeckt einfach viel zu gut. Der geht einfach auf der Zunge auch zu gut, Mann. Das kann es einfach nicht sein. Und der Höhepunkt von der ganzen Kacke ist, dass es Scheißbier ja auch schon für 30 Cent gibt, ey. Viel zu günstig, Mann. Boah, das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir überhaupt hierher gekommen sind. Das Bier schmeckt ja einfach so scheiße, wie Truthandpiss eigentlich. Und das ist auch noch verboten, an öffentlichen Plätzen zu bringen, deshalb saufen wir mal im Auto. Was hat der Kacke eigentlich gekostet? Ah, so 75 Dollar. Ist ja richtig günstig. Ja, Mann, echtes Schnäppchen. Alter, da könnt ihr euch echt glücklich schätzen, Mann, ey. Bei uns tickt hier überall schnell, ich geh jetzt gleich Schlitten fahren. Alter, und ich hab einfach gar keinen Bock drauf, Mann. Boah, mit dem Schlitten könnten wir eventuell in unserem eigenen Schweiß fahren, Mann. Und es hat 40 Grad, unsere Klimaanlage ist auch kaputt. Und, boah, ich glaub, Simon passt schon wieder aus, Alter. Scheiß, wo ist Wasser? Ja, Jungs, Alter, hier liegt überall Schnee. Jeder baut Schneemänner, Alter. Übelste Abfuck. Letzte Woche musste ich erst mit Kumpels Ski fahren. Hat gar keinen Bock gemacht, Mann. Vor allem der Weg, da in die deutschen Autobahnen, sind einfach viel zu gut, Mann. Man kann so schnell fahren, wie man will. Das ist einfach nur megas der Abfuck, Alter. Alles, worum haben wir hier gar nicht, Mann. Wir sind auf so einer voll abgefuckten Straße, wo weit und breit kein Arsch ist. Und zum Glück ist hier eine 100, weil sonst würden wir viel zu wenig Zeit dafür verschwenden, hin und her zu fahren. Ja, und das Beste ist, dass uns hier keine Arsch versteht. Wir können einfach irgendwelche wildfremden Leute beleidigen. Ey, du Geile, jetzt seid mal ein Titten. Willst du, ich verarsche, ich werde auch 90 Meter. Woah, shit. Oh, fuck. Ey, Jungs. Okay, Leute, ihr habt's geschafft. Ihr seid endlich am Ende von dem Video. Mal wieder. Checkt noch ganz kurz letzt die anderen Jungs, die haben einen guten Preis bezahlt, weil eigentlich mache ich nichts mit YouTubern, die weniger Abonnenten haben als ich. Deswegen, der Preis hat gepasst. Checkt die Jungs doch ganz kurz aus. Ihr müsst ihn nicht abonnieren. Schaut einfach nur die scheiß Videos von denen an. ich habe immer noch einen Grund. Das war eine sehrmodelle Jungs doch. Ich würde es nicht wahrnehmen, dass wir sie nicht mehr dazu bekommen.